Was ist das? Nein, das sehe ich zum ersten Mal. Du hast es schon länger noch gesehen. Ich habe es noch. Ja, das kenne ich aus vielseitigen verschiedenen Varianten. Das ist tatsächlich so. Jetzt ist es klar, Verbandsbecken. Oh ja. Verbandsbecken, Druckverbände und so. Ja, ich kenne sie nur von Milidau. Dort ist es auch. Ah, ja. Ja, bei uns hat es noch anders ausgesehen. Nein, wir hatten aber ganz anders ausgesehen. Einerseits vom Kosovo. Dann kenne ich noch die Vorgängerversion, die kleinere, die noch Platz hatte. So gross war wie eine Zündholzschachtel. Die individuellen Verbandspatronen. Die haben wir gebraucht, wenn wir Köche haben, die sich in die Öpe gehauen haben. Ich habe es nie gesehen, dass jemand das gebraucht hat. Nein, zum Glück auch nicht. Ich glaube, es wäre nicht gut gekommen. Ich war bei der Rettungstruppe. Die kommen ja, wenn es Notfälle gibt, wenn die Feuerwehr nicht mehr lenkt, Zivilschutz nicht mehr lenkt und so weiter. Zu uns hat das nur die Ausbildung gehört. Im Alltag haben wir es zum Glück so nie. Angewendet, übungshalber. Oft? Ja, genau. Im Ernstfall ist es ein guter Feieranzünder. Falls es nicht angeht, der Notfallkocher. Da hat man Zünnhölzchen dabei, aber die funktionieren nicht immer. Wenn man im Feuerzeug nicht reinlangen will, dann sollte man einfach die Zünnhölzchen und so den Notkocher zünden. Das Verbandspäckchen kann man auch sonst brauchen. Definitiv. Ich habe einen Skilift, aber für den Schlaufen zu machen. Es ist schon lange genug, wenn jemand eine Schulter hat, der nicht gut ist. Das ist relativ eigentlich noch gut. Für die Verletzungen und so. Ich habe sie im Auto tatsächlich. Am Schluss durfte ich mitnehmen. Das würde ich jetzt mitnehmen, weil sie so praktisch etwas verpackt ist. Das würde ich jetzt mitnehmen auf meine nächste Velotour auf Skandinavien. Der Druckverband vom IVP gibt es seit über 100 Jahren. Jetzt gibt es eine neue Version davon.